20 Jahre Grabener. Josef, was bedeutet der Werkstoff Holz für dich eigentlich? Holz bedeutet für mich Wärme, Zeitlos, Nachhaltigkeit, Beständigkeit, ressourcenschonend. So, jetzt ein bisschen eine ausgefallenere Frage. Und zwar, wenn uns Pima ein Baum wäre, welcher wird das sein und wie wird der ausschauen? Das wäre die Nuss, europäische Nuss, die Warnluss, weil einfach die Warnluss eine schöne, starke, breite Krone hat, die wieder vergleichbar ist mit der Firma Lutgraben. Okay. Unserer Salzkammergut Eiche ist ja von den Seen unserer Heimat inspiriert worden, nämlich dem schönen Salzkammergut. Welcher ist denn dein Lieblingssee und warum? Mein Lieblingssee ist auch der See, weil er super Wasserqualität hat und weil er einfach von Bergen umgeben will. So, zum Schluss eine abschließende Frage. Und zwar, was glaubst du oder was findest du besser zur Firma Grabner? Die Entspannung oder eher die Action? Es braucht beides. Du brauchst die Action, um natürlich zu bewegen, aber nur Action funktioniert. Du brauchst natürlich nachher wieder die Entspannung, um Kraft zu haben und Kraft zu tanken. Passt, dann sage ich danke und auf das nächste Jubiläum.